Ladies and Channel Gamer, Zeit für eine neue Runde Just Jump mit Jay-Z und Soulfire, ja. Hodor, Hodor. Ich bin reingefallen. Ja. Wir machen ja die Anlage von hier oben. Ja, sorry, ich konnte gar nichts dafür. Ich komme hinterher. Ja, ich war ja beim Urlaub in Kroatien, der Dreckssack. Ja man, 10 Tage chillen und so ein Scheiß. Deswegen kam jetzt keine Folge in der letzten Zeit und wir haben jetzt auch herausgefunden, was war. Auf dem Server war einfach nur der Nether ausgestellt, deswegen war alles nur schwarz. Voll Binnert. Oh, die Scheiß geht nicht. Wolltest du auch mal das wissen, ey. Warum geht es nicht? Ich hab extra noch mal die Welt neu draufgeladen, alles, ey. Und dann, irgendwann ist mir aufgefallen, hör, netter, einschalten. Oh, okay. Binnert. Hodor. Au, Hodor. So, dann fangen wir mal an, ne. Welcome to the final ten. Oh, yes. If not, feel free to kill yourself. What? I made a neat little suicide hole. Das ist ein Selbstmordloch. Lol. Toll. Nein. Hör auf, Mann. Du bist so'n Drecksack. Du bist so'n Drecksack, ey. Toll, wo komm ich jetzt raus? Natürlich im Haus. Juhu. Echt? Ich glaub, jetzt müssen wir die Betten mitnehmen. Ich bring mal ein paar mit. Ich hab eins. Kann's aber immer noch nicht positionieren. Echt? Ne. Also, wie kann ich mich zu dir teleportieren? TP. Ah, es geht ja nicht. TP mein Name. Nein, geht nicht. Du bist ja im Nether. Geht es dann nicht? Ne. Ich hab's ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Ah, ich bin gleich wieder da. Geh aber jetzt nicht mehr killen. Okay. So. Die letzten 10 werden richtig schwer. Komm her. Wir werden unter Wissen testen. Schreib da her. Guck mal hier. Gedeppt. Ich komm gleich wieder. Ich komm gleich wieder. Ich hab das Bett da hingesetzt. Ohne willst du? Kannst gar kein setzen. LOL. Ich seh doch, wie er das Bett hinknallt. Oh Mann. Ey, was ist das für eine Scheiße? Okay. Das heißt, du machst jetzt mal den Boden wieder hin. Falls es geht. Halt, ich muss da lang. Ey. Freak, die Scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Ich mach jetzt mal das mit. Oh, lol. Hallo. Wie denn da? Toll, jetzt bin ich komplett nackt. Hab noch nicht mehr Äpfel dabei. Na, wie viele Äpfel hatte ich denn? Null. Nein. Beweismar das Gegenteil. Boah, das ist doch scheiße jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich hatte... Ich hab... Gelitten, ne? Nein. Boah, ey, nee. Das geht gar nicht, ey. Ich weiß noch mal Äpfel, paar Äpfel, oder? Ja, warum hast du keine Äpfel mehr? Ich hab keine Ahnung, ich bin jetzt grad gestorben und hab nix mehr jetzt. Nur nicht mal meine Rüstung ist mehr da. Ey, das im Inventar behält man doch, oder? Ja, normal schon. Nein, ne, da ist immer alles was anderes. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Wolltest du mich hier verarschen, oder was? Ne, hier hat ein Glas gefehlt. Weiß es nicht? Äh, dann hast du noch ein paar Äpfel, dann zählen wir das ein paar Mal. Du hast da aufgeschrieben. Boah, den Zettel, ich weiß gar nicht, wo ich den noch hab. Weiß, jetzt hab ich die alle hingeworfen, mach egal. Ne, behalte sie. Andere. Ja, gut. Ich weiß jetzt noch mal, wie viel du hattest, äh, wie viel ich hatte, aber... Ich hab 29, und ich glaub, du hattest irgendwie 22 oder 23, so sechs sieben Stück weniger. Ne. So viel weniger war ich auch wieder nicht. Doch, ich hab dich zum Schluss voll abgezockt. Was heißt, ich guck jetzt einfach mal kurz nach. Bis gleich. Schau, 23 Äpfel hab ich normal. Guck mal, hier steht... Hodor, 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 Hodor. Äh... Hodor. Hodor, Hodor. Okay. Hodor, 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 Hodor. Hodor, Hodor. Hodor, Hodor, Hodor. Hodor, Hodor, Hodor. Also geht's wieder los, ne? Ah, Stage 99. Hä, Stage 99? Ne, halt, wir müssen erst runter, oder? Ja, wir müssen jetzt links klicken. Oh. Hä, jetzt hast du's weg gemacht. Ja, halt, wir sind aber erst bei 90, gell? Ja, stimmt. Wir müssen da runter klicken. Ähm, wir bauen mal wieder Knopf hin, bitte. Ja. Äh, ich glaub wir müssen da runter. Äh, wir müssen grad mal klicken. Wir müssen da runter suchen. Da ist er. Ah, ja, da. Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Klick weg. G-Mode 2. G-Mode 2. G-Mode 2 kann ich nicht bauen. G-Mode 2 nicht bauen. Weil's Adventure Mode ist. So jetzt aber nicht drücken, wir müssen hier runter. Ja, Moment. G-Mode 2. B-Difficulty Null hab ich. Ääh. Achso, denk ich mal. Aja klar, wir sind ja bei 90. Oh jetzt gehts los. Stage 91, the gate. Here is your warmup stage. Ich glaub das hier kenne ich aus den West Play. Hier müssen wir den Buff holen oder? Oh krass. Ja man. Wo gehts denn jetzt, wo fängts man? Ah, hier wo ich bin. Boah ich muss dich kurz ein bisschen leiser machen. Soundeffekt ist mir assi. Hörst du die Musik, Alter? Mit dem Gelache? Ja man, das ist kein Gelache, das ist das Gemüste. Voll geil. Ich hab nur, ich war den scheiß ersten Sprung. Ah! Jetzt gehts runter, Alter. Jetzt wirds richtig Pornhaut. Oh shit, ich hab's gepackt. Ah lol. Hä? Ich hab hier Debuff? Lol, ich komm grad nicht an die Leiter dran. Warum Debuff und was? Ah, weil wir gegen die Leiter hüpfen. Wir müssen von vorne anfangen. Ja ja, wir müssen ein bisschen vor. Oh, na jetzt bin ich drüber geklitscht. Alter. Jetzt wirds kompliziert. Ja, das ist zum Warmmachen hier, ne? Ja. Und wir sind voll aus der Übung, ey. Ja, jetzt sinds um zwei Wochen her, ne? Alter. Alter, ich komm da nicht mal hoch. Ja, jetzt sinds schon fast zwei Wochen, ja. Laul. Jetzt bin ich mit dem Schiff gesprungen. Ich war auf der Leila. Hä? Oh nein. Was? Ich hab... Lecker. Ich will gar nicht, was der ist. Ach, nö. Oh, nö. Alter. Bring doch, du Schlampe. Ah, jetzt. Kommt er nicht dran? Alter. 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 Ja, ich bin drauf. Ja. Jetzt da hoch, wollt ihr mich verarschen? Nein! Was? Oh. Auf die Leiter dann am Ende. Ja, aber du bist noch... geh noch weiter. Ah, lol. Da jetzt auf die Leiter, glaub ich. Oh. Hä? Er hat den Supersprung nicht gemacht. Was für'n Supersprung? Schlampe, Alter. Ja, diesen Buffsprung halt. Ach so. ! Weig, Moment. Eiei, Eiei. Uah, Alter! nein jetzt bin ich nicht gesprungen oder voll wenig gesprungen hast du ab und zu auch grüne erblasen anstatt braune ja ja du hast auch grüne warum wenn ich die grünen habe springt er bei mir nicht echt bei mir geht es eigentlich kommt es mir jetzt bloß davor nein Oh. Hä? Behindert. Näää. Uuhdoa. Huah. Scheiße. Uuhdoa. Ich hätte ja eh so gut gefallen, die eine Stage. Ja, das macht doch irgendwie Fun, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Lecken sich jetzt doch auf mein Gameplay auswirkt. Nein, zu weit gesprungen! Alter, das ist ja gar nicht so weit, wie ich es gedacht habe. Äh, HINDERN! Äh, HINDERN! Äh, HINDERN! Äh, HINDERN! Hä? Alter, aber... Hast du es eben gesehen bei mir? Ja. Was ist gerade? Ist die Runde gefallen und hat wieder hochgerufen. Lol. Mit dem Lecken. Hat es wahrscheinlich erst danach registriert, dass ich es geschafft hätte. Und dann habe ich einfach wieder hochgebeamt. Hahahaha! Hahahaha! Nein! HINDERN! Schon wieder! Lol! Ich bin Superman! Boah, aber Superman, Alter! Ich bin so geil auf Superman vs. Batman, Alter! Ja! Auf jeden Fall! Du kannst bluten, du kannst doch sterben! Aha! Bein! Ey! Hahahaha! Hahahaha! Geh weg! Hahahaha! 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 H woods! Like, super! H Haha! Oh. Oh. Hodor. 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 Geh weg. Schatiii. Na ja, das ist ja kein Cheaten. Wenn's vom Level her so funktioniert, dann... ...funktioniert's halt. Hodor. Lol. Das ist Cheaten, ey. Das ist Cheaten. Weißt du? Ja, komm. Das ist laggy. Das ist kein Cheat. Ey. Hey. Na, aber nicht. Hab ich vorhin auch schon geschafft, ein paar Mal. 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 Mal.